Ein größeres Unternehmen wechselt den Inhaber. Der Boss kommt nachmittags in sein neues Unternehmen und will sich erstmal bei jedem bekannt machen. Da sieht er einen Mann eine Zeit lang faul in die Luft starren, anstatt zu arbeiten. Verärgert geht er auf den Mann zu und fragt ihn, wie viel verdienen sie im Monat. Dieser erwidert 1500 Euro. Der Boss zückt 1500 Euro aus seinem Aktenkoffer, gibt sie ihm und sagt zornig, ich möchte Sie hier nie wiedersehen. Bitte gehen Sie jetzt. Kurz nachdem er weg ist, kommt ein Mitarbeiter. Und fragt, wo ist der Mann denn hin? Es hat doch gar nicht so lange gedauert, das Geld für die Pizza zu holen.